Heute wollen wir Delfine gucken. Drückt uns die Daumen, dass wir welche finden, denn es geht nichts über wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. In einem kleinen Schulungsraum von Devin Excusions gibt es erst einmal einen halbstündigen Vortrag über meine freundlichen Lieblingstiere. Dann heißt es ab aufs Boot. Die Delfine sind leider etwas weiter weg, aber immerhin können wir hin und wieder doch mal ganz plötzlich den Blick auf eine Rückenflosse erhaschen. Außerdem gibt es zahlreiche Möwen zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danke mal wieder fürs Anschauen. Würde mich total freuen, wenn du meinen Kanal ELEGEBA TV abonnierst. Gib mindestens einmal die Woche neuen Filmen, meistens in des Reisevideos. Dankeschön, ciao, ciao und alles Gute für dich.